So, also keine gute Idee, hilft nix. Vielleicht verbrennen, aber verbrennen fliegt ja wieder, ist ja ein Zauberspruch. So. So, ein paar haben wir anscheinend doch umgebracht und schon waren sie am Zauber. So. Und schon ist die Eile wieder weg. Okay, wieder einen erwischt. Einmal. Okay. Ein paar Mal und die gruselige werden auch weg. Noch ein einziges Mal. So. So. Minus 29. Das ist aber viel. Oh Gott. So. Immerhin ein bisschen was haben wir getötet in dem Raum. So. So. Achso, jetzt geht's jetzt schon los. Mit dem Zauber. So. Das sind halt weniger, die auf mich drauf schießen. Das ist auch besser. Ja. So. So. Ist ja wieder die Rüstung kaputt gegangen oder warum krieg ich hier so viel Schaden? so. 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 Ich könnte nämlich vielleicht noch Feuerring zustande bringen. so. 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 Gucken wir einfach mal. Vielleicht sind wir jetzt... Ne. Sind wir nicht nah genug dran? Ähm. Glaub ich zumindest. Ne. So. Vielleicht schaffen wir die ja unzündeten, die da rumhocken. Dannлушай No. Na ja, Heilerei. Heilerei. Ich hab extra schon nur Heilen höher geskillt, damit das mehr bringt. Aber es bringt immer noch nicht so viel. Mal gucken, wie viel. 325. Ja, gut. Die heilt doch schon ganz schön viele Punkte. So. Ilsen heilen. Ilsen heilen. Und dann die Schwäche heilen. So, jetzt haben wir doch wieder ganz gute Chancen. Ähm. Heilen wieder rausnehmen. Und den Feuerring reintun. Okay. So. Ah, da in der Ecke hocken wir alle. So. Immerhin treffen wir die Lords da unten noch. So. 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 nur hier stehen bleiben. So, das Feuerring, das macht zwar nicht viel Schaden, aber... Das macht Schaden. Hoffentlich nicht nur bei einem, sondern bei mehreren. Nicht König. Natürlich ein paar mehr Lebenspunkte. Ach, naja. Ja, immerhin kriegt man sie so vernünftig besiegt, ohne 10.000 Mal hin und her zu rennen. Okay, tot. Was ist denn, können wir immerhin schießen? Haben wir immerhin was zu tun. Mit den Pfeilen. Jetzt ist leider Schluss. Jetzt sind hier noch drei Zauberpunkte. Jetzt kann ich hier noch runterspringen und schauen, wie viele noch da sind. Boah, Alter. Zu viele. Nicht laut. Das war's zu tun. Ja, ich mach mich. Ich mache sie mit. Ja, ich mache sie mit. Ich mache sie mit. Und zwar die, ich mache sie mit. Ich mache sie mit. Aber die Krieg ist. Das ist keine gute Idee mit dem Runterspringen. Aber wenn man so hin und her rennt, dann könnte ich die mit dem Feuer-Dings platt machen. Das wäre dann noch eine Taktik, ohne unten rein zu latschen. So. Ich kann auch hier irgendwo ruhen, da. So. Ähm. Das war nur, weil ich mich noch im Bewegen war. Dann kann man nicht ruhen. So. Den ganzen Tag verbracht da in dem Ding. So. Möge das Glück mit dir sein. Ach, 7 OPM, dann hat der auch schon zu. Ne, der hat noch auf. Das ist doch cool. So. Vielleicht hat das in... Müsst ihr auch noch auf? Kaufst du etwas oder siehst du dich nur um? So. Vielen Dank. Ähm. Und wer sich noch annähernd, wo das Ding ist. Und dann nämlich. geht es kaputt? Hast du es gekauft? So. Vielen Dank. Geschlossen. Die haben nämlich nicht so lange auf. Ähm. So. Repariert. Dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr zaubern. das hat geklappt. Das hat geklappt. Aha. Hier. Wir versuchen es mal mit der Eile. Können wir auf die schießen da hinten? Nein. Können wir nicht. So. Oh. Mich hat schon wieder irgendwas getroffen. Hm. Da habt ihr gesehen. Ja. So. Wiederhin sind Feige, die schießen nicht ab. So. So kommt man halt am besten mit den tonnenweise Gegnern klar. So. Da unten scheint auch dann der Beta-Kristall zu sein. Ich kann das auch weg machen. Ah, dann hauen sie ab. Wenn sie weit genug abkommen, kann ich sie abschießen. Oder mit... 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 Entferner töten. Ja. Hm... im Moment tun mich auch keine Augen bezaubern, hab ich so das Gefühl? Nicht abhauen. Ja. 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 Es sind super, also nichts. Ich glaube das hilft nur gegen normale Gegner. Zo So Aua Was war das denn? So Na danke Ich glaube, die haben sich gar nicht dafür interessiert, dass ich eben den anderen Schaden gemacht habe Wir könnten jetzt aber auch einfach durchrennen und uns das Teil schnappen Oder auch nicht Das war irgendwie falsch Das war nicht gut So Würde ich dann mal dazu tendieren nach Hause zu gehen So Wir reduzieren immerhin die Menge an Monstern So Vielleicht spielen wir ja auch mal den richtigen Eingang Ich glaube, da müssen wir vorne rum Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt Ich dachte echt, dass da keine Mutten mehr drin sind Aber das stimmt nicht Da sind immer noch welche drin So So Magisches Auge So lang wie es noch da bleibt So So Oh je Ich will ja gar nicht wissen, was da noch alles ist Oh Gott Da sind bestimmt auch noch Tonnenweisermonster Wenn ich das jetzt so sehe und höre So 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 Da muss man sich halt umschauen Ob da irgendwas hockt So Aha Da hocken zwei Augen Und erwischt Säurestrahl Fliegen Irgendwie wahnsinns Auge So So Säurestrahl Egal, wen ich von dir in der Lady gehabt habe, sogar irgendeinen. So. Ist hier irgendwann auch nochmal dran? Das ist ja schrecklich. Er schläft. So. So. Mag ich jetzt auch auf unterstem Niveau? Kann er auch. So. Okay. So. Das geht ja mal gar nicht. Okay. So. Ich weiß ja nicht, die hatten ja so komische Namen. Auf jeden Fall den nächsten Kristall habe ich geholt. Und im nächsten Video geht es dann weiter, nachdem ich alle Sachen verkauft habe und bereit bin für den nächsten Dungeon. So. 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 So.